So, wir fahren jetzt an die Ostsee, jetzt schnell Espresso und was zu essen. So, Alex nimmt uns heute mit auf sein Boot, wir sind schon gespannt. Leinen los! Hier kommt mein Jet Ski. Okay. 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 Jetzt geht's los. Tschüss. Okay. 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 So, wir sind wieder zurück. Was für ein Trip. Sonne, Leben, Wasser, unglaublich. Ein unglaublich schöner Tag. Wir gehen jetzt schön was essen und dann werden wir uns Richtung Hamburg wieder bewegen. ein richtiges Kaiserwetter. Was will man mehr? So, danke euch für den wunderschönen Tag auf dem Wasser, wir haben es genossen. Mit Sonnenbrand. Mit Sonnenbrand. Wir haben auch gut gegessen und jetzt habt ihr uns jede Woche am Start hier an den Backen. Ja. Ja, also. Peace. Ciao. Bis zum nächsten Mal.